hallo und willkommen zu diesem video mein name ist nico im heutigen video zeige ich dir mal die plattform tpublic und wie du bei tpublic dein erstes design hochladen kannst und wir befinden uns jetzt auch schon auf der plattform tpublic wir haben wenn wir uns den traffic anschauen sehr 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 guten traffic also sehr viele besucher die monatlich auf diese seite kommen ihr seht über das plug-in von similarweb seht ihr hier 6,5 millionen monatliche besucher also wirklich echt richtig richtig viel hier seht ihr noch mal die länderverteilung united states aber auch deutschland australien ja und die seite hat auf jeden fall potenzial weil eben der traffic so hoch ist und hier solltet ihr auf jeden fall auch eure designs hochladen und wenn wir uns das hier so ein bisschen angucken können wir auch verschiedene inspirationen für unsere designs holen und ihr seht verschiedene produkte werden hier schon direkt vorgeschlagen t-shirts tank tops kinder t-shirts crewnecks hoodies gibt es dann von cases aber auch sticker und kissen gibt es auch also anders wie bei merch bei amazon gibt es hier mehr produkte auch hier seht ihr auch schon verschiedene designs zu verschiedenen nischen und am unteren ende seht ihr auch noch mal die ganzen produkte aufgelistet welche tpublic zur verfügung stellt wir wollen jetzt ein design hochladen ich habe jetzt nur ein design schon mal ausgewählt und dann lädt er das ganze natürlich erstmal hoch auf die seite dann direkt er prüft dann schon das artwork sozusagen also er prüft dann schon mal das design ich habe jetzt hier ein design vorbereitet mit von so einem dackel und hier könntest du auch das design noch mal ändern wenn du das möchtest aber im endeffekt ist das schon hier fertig und hier wird auch eine empfehlung abgegeben wie das design aussehen soll natürlich transparenter hintergrund png 150 dpi dann aber auch die größe 1500 auf 1995 pixel ja kommen wir auch schon zum listing und das listing ist hier auf englisch deswegen muss der titel description und die tags auf englisch rein schreiben wir haben ein dackel design deswegen gehen wir hier dachshund dog lover gift mal ein und dann hier in der description do you love your dachshund das irgendwie so in der art und dann main tag natürlich dachshund also dackel das schlägt die public auch schon direkt einige keywords vor und dann kann man hier auch noch mal hier das haupt keyword eingeben und dann ist das schöne erschlägt dann direkt die passenden keywords vor und man muss es einfach nur noch abhaken oder anklicken dogs vielleicht noch dann dachshund gibt ja und dog lover noch hier könntest du jetzt die ganzen verschiedenen sachen hier abhaken aber ja dachshund dad vielleicht noch und dachshund mom macht gibt es nicht okay na gut auf jeden fall haben wir hier die tags dann ausgewählt dann geht es eigentlich schon an die produkte und ihr seht okay alles ist jetzt auf on heißt wir haben jetzt alle produkte ausgewählt wir müssen jetzt noch eine farbe auswählen und wir wollen natürlich erstmal schwarz und was hier jetzt auch noch sehr sehr wichtig ist also erstmal hier print on front print on back print on front and back ich wähle mal print on front aus weil die meisten leute kaufen sich ein shirt wo das design auf der vorderseite ist und hier könnt ihr verschiedene produkte eben auswählen was wichtig ist bei dem baseball team ist jetzt noch eine farbe auswählen sonst übernimmt das nicht und im grunde genommen war es das mit den produkten hier unten könntet ihr noch mal farben auswählen select all oder alle abwählen machen wir jetzt aber erstmal nicht wir wollen erstmal nur auf schwarz das ganze optimieren und jetzt ist das blöde bei tpublic wenn er das design zu groß habt dann wird es öfter mal nicht richtig dargestellt zum beispiel hier bei dem phone case müsste dann bei jedem mal das noch ausrichten und eine feinjustierung machen oder hier auch bei dem kissen ist ein bisschen mühsam masks haben sie ja jetzt auch seit montag dann haben wir hier noch diese buttons pins das sieht soweit ganz gut aus und jetzt müssen wir hier noch den haken setzen und dann könnt ihr auf publish gehen und tpublic hier steht es auch oben yes we are still shipping worldwide also die die verschiffen wirklich weltweit und haben auch echt interessante preise du hast ein shirt für 12 euro 82 und hier steht auch schon direkt der gestrichene preis ist verkaufs psychologisch natürlich recht ganz gut und die machen immer sehr sehr viele angebote heißt die leute kaufen man dann teilweise auch mehrere shirts der einzige nachteil bei tpublic ist der preis der ist fest eingestellt und du kannst deine gewinnmarge nicht selber bestimmen und das finde ich als verkäufer natürlich echt blöd und weil du halt einfach keinen einfluss hast auf deine gewinnmarge also vielleicht überlegen sie sich da auch noch mal was in zukunft wäre auf jeden fall aus sicht des verkaufers schön dann kannst du deine einzelnen produkte hier betrachten die dann auf dem marktplatz verfügbar sind und ja probiere die seite einfach mal aus es lohnt sich auf jeden fall hier auch hochzuladen ich danke dir fürs zusehen wenn du fragen hast rund um das thema t shirt business schreibt mir gern bei instagram link findest du in der beschreibung ansonsten abonniere hier den kanal drückt die glocke und wir sehen uns in einem weiteren video bis dann ciao ciao